Hallo zusammen, heute geht es mal um ein Projekt auf der Matic Blockchain beziehungsweise auf Polygon und zwar handelt es sich um Polycat Finance und Polycat Finance ist ein Projekt, das ich ziemlich interessant finde, weil die Reward Struktur hier ganz besonders originell ist, denn es geht hier quasi darum, dass auf der einen Seite, wie bei all diesen Yield Farming Protokollen und Yield Farming Plattformen, die ungefähr dieser Struktur hier mit den Farms und den Pools und dem eigenen Reward Token, die mit dieser Struktur arbeiten, da ist ja immer eine heftige Inflation im Spiel und diese Inflation dagegen kämpft man quasi an, man versucht dann irgendwie Rewards zu ernten und man muss sich beeilen und möglichst früh in den Pools drin sein, damit man quasi noch schnell, bevor die Inflation zu groß wird, dann wieder da rauskommt und hier in diesem Fall hat man sich einen originellen Mechanismus überlegt, wie man der Inflation entgegenwirkt und zwar ist das das sogenannte Burning Vault. Das Burning Vault, das sorgt dafür, das soll dafür sorgen, dass über die Zeit die Inflation letztendlich eine Deflation wird und dieser Token hier immer mehr im Wert steigt. Das ist zumindest die Idee und jetzt in diesem Video erkläre ich mal, wie das Ganze funktionieren soll. Viel Spaß! Polycat Finance ist im Prinzip diese übliche DeFi Struktur, die wir auch schon haben. Wir haben hier Pools, Staking Pools und die Staking Pools, in die kann man Assets einzahlen, unter anderem Matic, Ether, Bitcoin, Sushi, Quick Tokens vom Quickswap und ein paar Stable Coins sind dabei und noch so eine ganze Reihe anderer Tokens. Müsst ihr euch mal selber anschauen, welche Tokens sich da für euch am besten eignen. Wichtig dabei ist, also erstmal man bekommt Fishtokens als Rewards. Die Fishtokens, die kommen von Polycat Finance. Der Fishtoken ist zur Zeit 48,98$, also ungefähr 49$ wert. Das Video ist heute am 31. Mai 2021 produziert, das heißt also jetzt heute ist der so viel wert, der schwankt natürlich im Wert, muss man mal schauen. Und die Rewards, die man hier bekommt, die bekommt man in Form von Fishtokens. Die Fishtokens, die werden jeden Tag verteilt auf diese Pools, also die Rewards werden verteilt und zwar kommen jeden Tag 43.200 Fishtokens insgesamt raus. Die verteilen sich zu bestimmten Anteilen auf die Pools, zu welchem Anteil die sich auf die Pools verteilen, also welcher Anteil von den Fishtokens dem einzelnen Pool zugute kommt. Das erkennt man an dieser Zahl hier mit dem X. 15X, 30X, das ist der sogenannte Multiplier oder besser gesagt, das sind die sogenannten Allocation Points. Die Allocation Points, die suggerieren ein bisschen, dass man hier den 15-fachen Reward bekommt und hier den 30-fachen und so weiter. Und dann gibt es hier auch einen Pool, der wird irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt, der kriegt nur 0,1X. Das ist aber nicht richtig, es ist nicht das so und so viel Fache, sondern diese Allocation Points hier werden alle addiert und der Anteil an Fishtokens, die der einzelne Pool bekommt, der entspricht dem Anteil dieser Zahl an der Gesamtsumme aller dieser Zahlen hier. Das ist also wichtig, denn das ist nicht wirklich der 5-fache Reward und es ist auch nicht wirklich der 30-fache Reward. Wenn euch diese Tokenomics genau interessieren, wenn ihr das mal genau nachverfolgen, nachvollziehen wollt, wie das funktioniert, empfehle ich mein Video über GooseDeFi. In diesem Video habe ich quasi an dem Beispiel von GooseDeFi, das ganz genauso funktioniert wie hier, das zumindest was diese Reward-Struktur angeht, da habe ich das mal dargestellt. Ich blende das hier ein, da könnt ihr da mal nachschauen. Wichtig hier ist aber, es gibt bei vielen Pools eine Deposit-Fee und die Deposit-Fee beträgt hier bei den allermeisten Pools 4%. 4% sind dann also weg, wenn man in den Pool einzahlt. Die werden als Gebühr von dem Protokoll einbehalten und irgendwie weiterverwendet und das ist jetzt auch die Art und Weise, wie das weiterverwendet wird, ist das Originelle an diesem Protokoll. Und darauf gehe ich nachher nochmal in Ruhe ein. Aber jetzt erstmal noch weiter, hier diese Pools. Und zwar bei diesen Pools bekommt man eben Phish-Tokens als Reward und wie man hier sieht, die Pools oder der eine Pool, in den man Phish-Tokens einlegt, der hat zum einen von den Pools hier die höchsten Allocation-Points und zum anderen gibt es keine Deposit-Fee. Das bedeutet, es ist unter Umständen günstiger, aber eben auch unter Umständen nicht. Das hängt davon ab, wie sich der Kurs entwickelt, ob man Phish-Tokens, also es ist vielleicht günstiger, diese Phish-Tokens zu kaufen, anstatt sie hier über diese Rewards zu verdienen. Weil zum einen hat man die Phish-Tokens sehr schnell in der Hand und bekommt dann eine höhere APY als in diesen Pools und zum anderen spart man sich auch noch die Deposit-Fee. Das sind aber alles so mathematische Rechenexempel quasi, die muss jeder für sich selber mal machen oder man macht es einfach und guckt nicht nach links und rechts. Wobei ich schon deutlich empfehlen würde, die Deposit-Fee wirklich mal auszurechnen und mal auszurechnen, wie viele Rewards kommen hier eigentlich an und wie lange dauert es beim aktuellen Kurs dann, bis die Deposit-Fee wieder raus ist. Denn diese Deposit-Fee ist weg. Wenn man das einfach nur mal ausprobiert, ist die weg und wenn man aus dem Pool rausgeht und was anderes ausprobiert, dann fällt die schon wieder an. Und so verliert man natürlich immer mehr von seiner Einlage. Deshalb ist es schon ganz gut, das Ganze im Vorhinein zu berechnen. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert, mein Video am Beispiel von Goose Finance kann man also da sehen, wie sowas berechnet wird. Das Ganze hängt natürlich auch ab von der Gesamtliquidität in dem Pool, denn in dem Pool kommt eine Menge von Rewards an. Das hängt ab von dieser Zahl und von den Reward-Tokens, von den Fisch-Tokens, die in diesem Pool ankommen als Reward, bekommt man nur einen Anteil. Und dieser Anteil, der entspricht quasi dem Wert der eigenen Einlage zur Gesamtliquidität. Da sieht man also, da geht einiges an Rewards verloren. Zum einen wird also quasi nur ein Anteil in diesem Pool hier ankommen und von diesem Anteil wird dann wieder nur ein Anteil bei mir ankommen. Und wenn ich hier im Tausender-Bereich oder Zweitausender-Bereich einlege, dann ist mein Anteil natürlich relativ klein. Eher so im Promille-Bereich. Trotzdem lohnt es sich, bei 43.200 Fisch-Tokens am Tag das einmal durchzukalkulieren. Das ist eine Sache, die sich dann auf jeden Fall auszurechnen lohnt, vor allem wenn man die einzelnen Pools miteinander vergleicht. Denn je kleiner quasi die Liquidität in einem Pool ist, desto mehr rechnet sich möglicherweise die eigene Einlage. Was aber auch wieder von diesen Allocation-Points abhängt. Und um euch diese ganze Rechenaufgabe etwas zu erleichtern, habe ich euch schon mal ausgerechnet, wie viele Allocation-Points es insgesamt gibt. Und zwar gibt es insgesamt 264,6 Allocation-Points. Warum 0,6? Weil hier ist ein Pool, der hat 0,1. Und dann sind hier noch Pools, die haben 2,5. Und 8,5. Und da bleibt dann am Ende 0,6 irgendwo übrig. 264,6. Wenn ihr jetzt diese Zahlen hier addiert, dann kommt ihr nicht ganz auf 264,6. Da fehlen noch ein paar Allocation-Points. Und die werden den sogenannten Farms zugeordnet. Bei den Farms kann man LP-Tokens einlegen. Hier bei den Pools kann man einfach nur Einzel-Tokens einlegen. Und bei den Farms muss man LP-Tokens einlegen, um Fish-Rewards zu bekommen. Die Farms sind etwas lukrativer von den Allocation-Points. Also es ist hier eben 60 Allocation-Points pro Farm. Und gleichzeitig gibt es auch hier keine Deposit-Fee. Und das bedeutet also, dass diese Pools hier im Grunde von der LP-Y her, wie man hier sehen kann, zur Zeit, wo ich dieses Video mache, wirklich die attraktivsten sind. Es bestehen aber gewisse Risiken, weil wir haben es hier mit zwei Tokens zu tun, die hier eingelegt werden. Und vorausgesetzt, diese Tokens bleiben im Wert stabil. Dann ist das eine recht interessante Angelegenheit. Aber wenn einer von diesen beiden Tokens im Wert sinkt, dann haben wir natürlich ein kleines Problem. Weil dann eventuell unsere Einlage im Wert sinkt. Und dieser Verlust nicht aufgefangen wird von den Einnahmen, die wir hier erhalten. Das ist aber unter Umständen sehr unwahrscheinlich, denn die Tokenomics des Fishtokens sind wirklich sehr spannend. Ich habe ja eben gesagt, dass die Tokenomics beinhalten, dass wir 43.200 Fishtokens pro Tag neu dazubekommen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr heftige Inflation. Das muss man klar sagen. Diese Tokens, die kommen ja auf den Markt. Und die Leute, die die Rewards ernten, werden in der Regel diese Fishtokens, also manche werden die womöglich hier in diesen Pool einlegen. Und dann verschwinden die wieder aus der Zirkulation. Das würde natürlich bedeuten, dass sich die Inflation nicht allzu sehr auswirkt. Deshalb sind diese Pools hier auch sehr attraktiv gehalten. Und diese Farms hier mit dem Fishtoken, damit möglichst viel aus der Zirkulation verschwindet. Damit der Wert nicht ganz so schnell sinkt des Fishtokens. Und das bedeutet also hier, dass also hier eine sehr starke Inflation im Gange ist. Und dieses Team, das hier hinter steckt, hat in gewisser Weise ein Interesse daran, diese Inflation gering zu halten. Deshalb ist hier eine Mechanik eingeführt worden, die dieser Inflation entgegenwirkt. Und die ist tatsächlich recht originell. Denn was passiert mit den Deposit Fees, die hier erhoben werden? Ein Großteil dieser Fees wird umgewandelt in LP-Tokens. Und diese LP-Tokens, die werden in einem sogenannten Burning Vault angelegt. Das heißt also, die Fees, die hier quasi eingenommen werden, z.B. wenn hier jemand USDT einlegt, dann werden 4% dieser Einlage, diese USDT umgewandelt in LP-Tokens. Und diese LP-Tokens, die werden mit Zinseszinswirkung hier eingelegt. Und die verdienen Rewards. Und zwar, wahrscheinlich ist dieser Pool hier bei Quickswap. Schauen wir mal gerade, wo der ist. Genau, das ist also ein LP bei Quickswap. Und bei Quickswap kann man also, wenn man hier diese Liquidität zur Verfügung stellt, diese dann wieder hier in Pools einzahlen und bekommt dann dadurch noch mehr Rewards. Das ist also eine Anlagestrategie, die von einer Zinseszinsentwicklung profitiert. Und die Gewinne, die hier rauskommen, die werden verwendet, um Phish-Tokens vom Markt zu kaufen. Und weil dieser Pool hier immer größer wird, werden die Rewards, die dieser Pool hier generiert, auch immer größer. Und weil von diesen Rewards, die also immer mehr werden, über die Zeit, Phish-Token zurückgekauft werden, wird die Inflation des Phish-Tokens, so ist die Idee hier hinter mit der Zeit immer geringer. Denn diese Phish-Tokens, die hier zurückgekauft werden, auf dem freien Markt, die werden verbrannt. Die verschwinden aus der Zirkulation für immer. Und das ist hier eigentlich die Idee dahinter. Und in diesem Void sind zurzeit 2,78 Millionen Dollar wert gebunden. Und von den Zinsen, die hier drauf entstehen, werden also Phish-Tokens gekauft. Die verschwinden aus der Zirkulation, während auf der anderen Seite eine fixe Menge an Phish-Tokens jeden Tag auf den Markt kommt, nämlich 43.200. Das heißt, wenn die Rewards, wenn die Zinsen, die auf diesem Void anfallen, irgendwann höher sind als 43.200 Phish-Tokens pro Tag, dann wird diese Währung, der Phish-Token deflationär. Und das ist die Idee hier hinter. Es gibt aber ein paar Variablen, die hier eine Rolle spielen. Das muss man ganz klar sagen. Unter anderem natürlich auch der Preis des Phish-Tokens, weil wenn der Preis des Phish-Tokens steigt, dann werden diese Rewards hier irgendwann wieder nicht ausreichen, um genug Phish-Tokens zu kaufen, um die Inflation zu stoppen. Dann wird die Inflation wieder greifen und irgendwann wird dann quasi das Burning die Inflation wieder einholen und das wird irgendwie immer ein bisschen schwanken, was natürlich von der Gesamtmarktsituation abhängt, vom Preis des Phish-Tokens und so weiter. Zurzeit erscheint mir das eine ganz interessante Anlagestrategie, denn man kann hier einfach mal überlegen, möglicherweise steigt der Wert des Phish-Tokens sehr stark an durch dieses deflationäre Element, möglicherweise aber auch nicht. Die APY, die hier zu haben sind, die sind recht interessant und deshalb ist es vielleicht nur ganz gut, die Idee hier mal einzulegen. Das müsst ihr natürlich selber wissen, das ist hier jetzt kein guter Ratschlag von mir oder so, sondern es geht einfach darum, ich zeige euch dieses ganze Protokoll hier und erkläre euch ein bisschen, wie das funktioniert. Schaut euch das selber an. Ganz spannend ist hier auch vor allem unter More gibt es hier also die entsprechende Dokumentation. In der Dokumentation gibt es eben auch den Phish-Token hier und die Fee-Konomics heißen die, also das ist quasi die Tokenomics mit den Fees. Das, was ich eben erzählt habe, steht hier nochmal schwarz auf weiß. Das ganze Projekt hat auch den ein oder anderen, das ein oder andere Audit durchlaufen. Hier audited by Obelisk, wobei ich kenne Obelisk selber eigentlich nicht als Audit, wobei der Audit selber sieht eigentlich sehr gut aus, ist sehr schön strukturiert, ist also, wenn man ein bisschen Einblick hat in die Art und Weise, wie sowas hier programmiert ist, auch echt sehr, sehr flott und flüssig zu lesen. Muss jeder selber wissen, also es gibt hier so ein paar Sachen, die hier kritisiert wurden, die aber auch schon gelöst wurden und nichts auf der Welt garantiert euch, dass das Projekt wirklich sicher ist. Es kann genauso gut ein Scam sein, also investiert am besten hier nicht irgendwelche Werte, die ihr noch dringend braucht. Passt ein bisschen auf euch selber auf und dann wünsche ich euch jetzt erstmal hier viel Spaß.